hey leute und willkommen zu einem neuen video heute am 24 möchte ich euch zeigen wie man so viel geld halt bekommt also wenn man reich wird ohne dass ihr geld ausgeben müsst und also es ist kein hack und kein motto oder so es dauert etwas und es ist nicht direkt dass man so richtig viel geld auf seinem account hat aber man kann sich halt trotzdem alles holen was man will und ich habe halt jetzt dieses video für euch gemacht um euch das alles zeigen und als erstes also ihr müsst heute dafür euch sag ich mal wie so ein zweiter account erstellen wie seht ihr diesen account habe ich 20.000 aber coins drauf und den habe ich jetzt seit 24 tagen also ich habe genau am ersten dezember angefangen habe mich jeden tag einmal kurz eingeloggt hatte den tages also dieses tages locken abgeholt und dieses rad einmal gedreht und zwischendurch halt solche sachen hergestellt damit ein bisschen abkommt aber also ihr seht halt hier ist mein zweiter account ihr könnt halt dann einfach euch so mehrere accounts erstellen und immer zwischendurch morgens oder so oder wenn ihr gerade zeit habt euch in alle accounts einmal einloggen die tagesbelohnung abholen das rad einmal drehen und ihr seht jetzt 10 accounts habe ich jetzt 4600 upper coins drauf und den habe ich echt noch nicht so lange er sieht es erst seit knapp einer woche und das habe ich jetzt mit insgesamt 4 accounts glaube ich gemacht ja mit 4 und da also wenn die halt alle level 6 sind kann ich mir halt mit dem geld viele sachen holen und das meinem richtigen account schenken und ihr seht ihr vom richtigen account habe ich jetzt 35.000 wenn ihr schon länger mein videos guckt dann wisst ihr dass ihr das gekauft habt und ich wollte euch noch sagen vielen dank fürs zuschauen und für so viele follower die sich mittlerweile aufgebaut haben und ich wünsche euch allen ein schönes weihnachtsfest und vielen dank fürs zuschauen